Ja, no tubies. Willkommen zurück zu Let's Play Metal of Honor. Die letzte Mission. Ui, geht ja schon gut los. So. Gut, die letzte Mission war echt etwas schwieriger. Eigentlich, wir sind ja noch immer in der gleichen Mission. Ach, halt doch, du meine Schnauze. Looks like we've got nobles on station. Let's not cry wolf just yet. We'll call Cas when we need it. Just say the word. Alright, form on me at that hut. Gut, ja. Also, in der letzten Folge sind wir ja öfters gestorben. Okay. Autsch! Also, ich bin jetzt irgendwie schon etwas unschuldig. Ich hab jetzt gar nichts getan. Oh, was... Ein Scheiß. Eine Fernzünderbombe offensichtlich. Hm. Puh. Also, dass man sowas überlebt, ist ja eher unrealistisch. Ah, diese Mission kann ich mich, glaube ich, noch erinnern. Die ist scheiße. Die ist echt scheiße. Da muss man ewig jetzt da diesen Beschuss... ...den Beschussstand halten. Ich bin ja mal neugierig gegangen. Und ich glaube, es ist dann auch, dass ich beim letzten Mal spielen auch irgendwann die Munition ausgange. Ich hoffe, dass da irgendwo... ...dass den Kameraden die Munition nicht ausgeht. ...dass den Kameraden die Munition nicht ausgeht. We can take these guys! Killshots! Oh man, ähm, was hab ich jetzt falsch gemacht? Keine Ahnung. Okay. Es kann wahrscheinlich sein, dass wir diese Stelle etwas öfters wiederholen. Oh, Adam, just shoot! You're gonna make it! Oh, Tango, it's two o'clock! I got him on the left! This cover's not in the left! Hernandez and Farron, get to that hut! Two! One! Adam's covering fire! Covering fire! Soll wir jetzt mal die Stellung wechseln? You hear me? Cover my cross! You hear me? Dabei kann man aus dem Haus heraus etwas besser schießen. Komm mit irgend von der Seite auch? Na, nur mal nur von da oben. Oh man, oh man, oh man! Da geht's schon richtig zur Sache, ja? Komm mit jetzt ja doch von links oder? So, jetzt müssen wir doch mal nachladen. Wir haben halt da hinter dem Haus ja doch relativ gut Deckung. Ich hoffe nicht, dass die da von unten auch noch kommen, ja? Ja, also wenn wir von alle Richtungen in Deutschland uns zu stürmen, dann haben wir ein Problem. So haben wir da überhaupt Scheiddeckung hinter der Tür. Na na, nicht wirklich. Oh, wow, 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 wow. So, wir haben noch 73 Schuss im Lauf. Ähm, wir haben mal mal, ob da von der Seite, da oben sind auch noch einige. die schießen mit Raketenwerfen, das ist total super immer mal ein bisschen Munition her, danke die kommen ja ganz nicht nah da an das Hausraum, die trauen sich was so mit Deckung, in Deckung gehen haben es ja die Talibahn nicht zu besitzen ah jetzt kommen wir uns da von der linken Seite so und der Left da da ganz oben ja ja feuer, ja eh, wie soll denn da geht man doch aus dem Weg du vollidioser, echt ach jetzt kommen wir von der Seite auch noch oh man, oh man das ist nur von beiden Seiten da ah und von hinten, na das ist einmal ganz nett oh Gott, das ist ja Stress pur so und irgendwo Deckung finden, aber das ist dann immer so leicht, wenn man hier hier wirklich aus von allen Seiten geschossen wird da muss man da etwas rausspähen 12 O'clock, 12 O'clock, 12 O'clock wäre dann da Scheibe! ich hab so Lust das was 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 ach nein 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 okay, oh Gott sei Dank von wo wären wir denn beschossen ich seh niemand mich grad da naja super ist über die munition da oben so dramatische musik setzt ein so hofft ist er will die mission ist bald mal beendet wo schießen denn die hey ich sehe doch nichts ach fuck st er vor allem ist immer darum mit der musik Gott sei Dank wenn er doch ein paar ein paar checkpoints gesetzt auch während dem aber er gibt es um die Stelle können wir noch recht gut erinnern schweine schwer er da steht rechts neben mir so jetzt fängt das spiel auch noch an zu laggen oh man oh man nein so ich habe echt keine Ahnung was die falsch macht so kurz auch ein neues wenn die ganzen 20 Minuten nur an dieser blöden Stelle davor bringen das kann ja mal nichts in der Sache sein das kann ja mal nichts in der Sache sein so 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 reload das ist das ist ja wirklich blöd weil er die deckung immer weniger wird ja als wenn wir da aber aufpassen da eine blöde die ganze zeit da rechts neben mir gestanden ist ja ja wir schießen doch ja aus allen Ohren gehen wir aus dem Weg Mensch wir gehen langsam wirklich diese mission zu hassen so das war jetzt ganz toll wenn wir schauen wir irgendwie einmal ein bisschen Decken bekommen volle Konzentration so und jetzt also ihr habt nur genug Munition als wenn man jetzt die Munition wirklich ausgehen sollte was tun Munition für mich ach verdammt Hilfe Mami ich will nach Hause war langsam entlangweilig echt gut so jetzt ist die Munition aus ich will noch genau 6 Schuss habe mal endlich die Unterstützung wir haben es geschafft juhu endlich 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 gut 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 Gunfighter, Bravo-1-6. Great guns. Direct your fire in the hills. Four Friendly's Instructures. Say again, Friendly's Instructures. Bravo-1-6, Gunfighter-6 rogers. We have visual on your position. Get down, engage with guns. I think that worked. Bravo-1-6, your evac is on route. Hallo? Roger that, Gunfighter-6. Ja, soft as well. Bravo-6, Bravo-1-6. Gunfighter saved our asses. Elsie is now secure for evac. She looks at three miles away. Roger that, Bravo-1-6. Great job. We're in the village now. We go home now. So, kommen wir jetzt endlich noch raus. Ja, endlich, endlich haben wir die Mission geschafft. Uiuiuiuiuiui. Bravo-1-6, parameter is secure. Have a good one. 0-6, breaking right on, heading 270. Hey, Gunfighter-1-1, we love you! Where you going? Here we go. Don't go! Happens every time. Those boys were 10 seconds from meeting their maker and still... 1-1, you just don't understand the brain of a warrior. Brain? Okay. So. Oh, now I don't want to get out of here. The old tag is reporting mortar positions on the whale. We're ready to locate and engage those targets. Gunfighter-6, Bagram, confirmed. On route to the whale. Watch your ETA. Bagram, we are 30 seconds out. Gunfighter-6, roger. We need to be moved back as targets identified. Take all guidance from Panther on line of sight's frequency. Gunfighter-1-1, we took some fire back there. Be advised, we are test firing at 30 mil. Gunfighter-6, we are clear. And 30 millimeters operational. Gunfighter-6, Gunfighter-1-1, 10 seconds to destination. Now try the rockets. Check the rockets. Keep your eyes open, we're here. Gunfighter-6, I've got moving to 12, do a visual. Gunfighter-1-1, contact, switching to TADS. Gunfighter-1-1, range to target, 2,500 meters. Gunfighter-1-1, let's keep a safe distance here and engage with Hellfire. Gunfighter-1-1, we've got a few locals hanging up 12 o'clock. Gunfighter-1-1, these guys up too. Gunfighter-0-6, I don't like these guys. Gunfighter-1-1, what's that guy doing? Where's he going? Gunfighter-1-1, keep your eyes on that guy. Gunfighter-0-6, I'm going to mark that position for you. Gunfighter-1-1, I'm going to mark that position for you. Gunfighter-1-1, hang on. That's an AK. These guys are armed. Gunfighter-1-1, confirm you saw a weapon. Affirmative, you sold it a weapon. Those are bad guys. Wolfpack-1, Gunfighter-6, we have visual of several armed individuals in grid 151-916. Let's go, let's go, let's take them out. Mortars, mortars, these are the guys. Are we clear to engage? Gunfighter-6, Panther. Those are enemy targets. You're clear to engage. No friendly in the area. Happy hunting. Fire, fire, fire. So, don't lose that guy. He's on the mode, stay with him. He's on the mode. Stay with him. He's on the mode. Oh, of course. There's another turn. und wo? ah da unten ist auch noch was so Mut haben sie die Taliban das muss man ihnen lassen da ist Gott beim Pinkeln so es ist da oben wieder einer da oben rechts da oben irgendwo haben wir da noch irgendwas kann man zoomen auch nöööööööö so ja und jetzt wo denn und welch hellfire also irgendwas machen wir falsch irgendwas machen wir falsch was sagt er soll die hellfire raketen ja was sagt er wie man out of range out of range ja schon die mittlerweile schon die fünfte die kommen immer wieder es geht ewig so weiter ja ich kann auch die hellfire nicht verwenden das ist irgendwie ganz spitzig oder kann man da vielleicht hin und herrscharten das kreiner limit tja nur wie soll ich die hellfire abfeuern das wird einem nicht erklärt ja aber damit beschäftigen wir uns dann im nächsten part ich hoffe ihr seid wieder mit dabei beim mörser abschießen okay bis gleich und tschüss